Tritratolala, weil das ja jetzt dann hier ganz gut zu erkennen war, dass wir uns in einem ordentlichen Hochdruckgebiet befinden, wo eigentlich schönes Wetter sein müsste. Im Gegensatz dazu, hier aber ja kein schönes Wetter ist, also jedenfalls nicht, so wie das Hochdruckgebiet das ausweisen würde, kann ich ja hier schon mal ankündigen, dass denn anschließend ein richtig fettes Gerät zusammengebastelt wird, was uns denn hier also ziemlich bearbeiten wird und natürlich auch in Europa seine Auswirkungen, wenn es denn rüber rückt. Aber das dauert noch eine gute Woche, vielleicht zehn Tage, ihr werdet euren Spaß haben. Ja, ne, eigentlich war das ja hier eine Schweigeminute für mal ganz was anderes. Sollte eine Schweigeminute werden für alle inzwischen gesperrten Kanäle auf YouTube, zu denen ich ja der inzweifelsfreie, in diesem Falle handelt es sich hier um Mighty One. WSDV, der da war es. Wo ist er denn? Da ist er. Den gibt es nicht mehr. Also jedenfalls nicht hier bei YouTube. Noja, war nicht immer, mein Freund, ich habe mir im letzten YouTube-Video gerade erwähnt, ihr habt die 1699 oder was, insofern ist das ja denn eigentlich hier auch ein wilder Abschluss meiner Arbeit. Erstmal eine Runde 1700 und dann eben auch, bevor sie mich ausknipsen. Okay, wir schweigen und gedenken all diesen lieben Kollegen. Ruhet in Frieden Beziehungsweise macht eure Arbeit Eben auf einem anderen Portal weiter Tschüss Euer Chemtrail Nazi Depp